Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu einer Sonderausgabe der Weasel News. Es ist eine ganz besondere Ausgabe, denn für mich ist es heute die letzte Ausgabe. Ich habe mich dazu entschlossen, diese Firma zu verlassen. Ich sehe mit großen Staunen zurück in die Vergangenheit. Wir haben es geschafft, Weasel News wieder auf den Damm zu bringen. Wir haben mit Weasel News Einschaltzahlen erreicht, wie sie noch nie mit Weasel News erreicht wurden. Ich danke allen Mitarbeitern, die dazu beigetragen haben, dass Weasel News wieder so einen Erfolg hatte. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, dafür, dass Sie jedes Wochenende wieder eingeschaltet haben, dass Sie sich die Sonderberichte angeschaut haben, dass Sie immer fleißig dabei waren und sich immer darauf gefreut haben, wenn ein neuer Bericht kam. Ich danke Ihnen dafür, doch jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Und so sage ich Ihnen ein letztes Mal vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wo auch immer Sie uns zusehen.